Vergrößern, verkleinern Ludwig Augustinsson wechselte 2017 vom FC Kopenhagen zu Werder Bremen Urheberrecht Getty Images verliert Werder Bremen seinen nächsten Skandinavier? Englands Premier League Aufsteiger FC Fulham soll seine Fühler nach Verteidiger Ludwig Augustinsson ausgestreckt haben. Wie der Mira berichtet, hat der FC Fulham mittlerweile großes Interesse an Werder Bremens Verteidiger Ludwig Augustinsson, der aktuell für sein Land Schweden bei der Weltmeisterschaft in Russland spielt. Er sei jetzt die erste Option der Engländer, denn Fulham scheine nicht bereit zu sein, den Gehaltswunsch des derzeitigen Linksverteidigers Mark Targets dauerhaft erfüllen zu wollen. Augustinsson spielt seit 2017 in Bremen, absolvierte für die Grün-Weißen seitdem 29 Bundesligaspiele.